Hallo und herzlich willkommen, liebe Contour Community. Zu einer neuen Ausgabe von Meet the Community. Heute zu Gast Janosch Oldmanns, der vielen bekannt ist als langjähriges Vorstandsmitglied. Und ich freue mich ganz besonders, heute von ihm ein paar Dinge zu erfahren, was ihn dementsprechend denn zu Contour gebracht hat und so weiter und so fort. Aber erstmal Janosch, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo. Ja, hallo Joe. Schön, dass ich da sein darf. Das freut mich besonders. Du bist ja auch sehr beschäftigt. Du bist ja vielschichtig unterwegs im Contour-Versum und auch schon sehr lange unterwegs im Contour-Versum. Wann hattest du denn deinen ersten Berührungspunkt zum Contour-CMS gehabt? Ich glaube, das war 2007. Irgendwann im Herbst, glaube ich. Ja, habe ich durch Zufall irgendwo Typoleut damals gelesen. Ich glaube, es war irgendeine Randspalte. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und da dachte ich, ja, teste ich mal. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Okay, und der Berührungspunkt war dann dementsprechend, du hast es irgendwo, wie hast du Contour wahrgenommen? Also war das ein Magazin dann oder wo hattest du das gesehen? Ich glaube, es war irgendein Magazin damals. Welche waren denn damals so innen? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es schon die Webstandards war, beziehungsweise der Vorgänger davon. Oder irgendwas anderes. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, ich teste das mal. Ich hatte vorher ein bisschen Joonlau und CM Basic. Ist so ein ganz anderes, auch PHP-basiertes, genutzt. Aber war damit nie so zufrieden, weil ich das den Redakteuren irgendwie nicht zumuten wollte. Ja, und dann habe ich Contour gesehen und gedacht, ja, das kriege ich jedem erklärt. Also damals Typoleut. Okay, das kriegst du jedem erklärt. Und wie war da deine Konstellation? Also du hast gesagt, mit Dschungler hattest du zu tun gehabt und mit einem anderen System jetzt nochmal. Aber du selbst hattest dann schon eine Agentur gehabt oder hast du das beruflich gemacht? Oder wie ist überhaupt dein Wertegang dahinter? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen. Ja, 2007 hatte, oder 2006, hatte ich entschieden, mich selbstständig zu machen. Habe dafür mein Lehramtsstudium Mathematik und Biologie geschmissen. Weil ich einfach während des Studiums schon so viel da irgendwie gemacht habe. Und dann ja wollten die ersten Kunden Rechnung haben. Ja, irgendwie blöd. Okay, machst du jetzt selbstständig? Und ja, dann halt, ja, sagen wir mal, Freelancer, Webdesigner, selbstständig gemacht 2007. Und ja, dann halt eben nach und nach erst mal selbstständig geblieben. Dann 2011 zur DMA nach Dortmund gewechselt. Wo ich dann auch ein paar Jährchen war. Und ja, parallel dann so ab 2012 so ein Wochenend-Freizeit-Projekt entwickelt. Nennt sich heutzutage Delos. Und ja, das ist jetzt mein Hauptarbeitsgeber. Wo ich dann halt eben irgendwann entschieden habe, okay, das Freizeit-Projekt ist jetzt so groß. Da machen wir ein ganzes draus. Inzwischen ein Team von rund 20 Leuten, die da dran arbeiten. Ja, und so war da grob der Werdegang. Die Software in sich hat mit Contour nichts mehr zu tun. Aber ja, unsere Webseiten und so weiter sind dann noch mit Contour. Okay, aber es ist ja spannend, wie aus so einem Hobby-Projekt auf einmal. Was größeres wird, ist ja auch was Schönes auf jeden Fall. Also das wünscht sich ja eigentlich auch jeder, dass man, ich sag mal, aus dem Hobby heraus, aus dem Hobby-Hobby, sag mal ja fast schon eher, ne? Ich meine, ursprünglich, die Web-Entwicklung war ja auch ein Hobby von dir gewesen. Ja, ja. Hat nur einen großen Nachteil. Man braucht ein neues Hobby. Und hast du ein neues Hobby gefunden? Ja, habe ich gefunden. Seitdem gehe ich regelmäßig klettern und habe jetzt das Wildwasserfahren wieder für mich entdeckt. Nicht schlecht, auch nicht schlecht. Das ist ein guter Ausgleich, glaube ich, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall danach, dass man sich ordentlich auspowern kann. Ja. Sehr cool, sehr cool. Das heißt, ja, du bist ja 2007 bei Contour mit dabei. Ich weiß auch, dass du in der Zeit, wo du bei Contour, oder in der Zeit, wo du mit dem Contour-Zinn-Essen ein bisschen mehr gearbeitet hast, ja auch bei DMA sehr viel, ja, rund um diese Plugin-Entwicklung mit involviert warst. Also, ich glaube, das bekannteste Plugin, was mir einfällt, war, glaube ich, irgendwas mit diesen Columns, oder? War das nicht? Ja, ich habe damals... Element-Generator. Nee, Entschuldigung, das war der. Genau. Wir hatten den Element-Generator. Den gab es auch schon vor mir. Den hatte der Carsten Kohlmeier damals mal angefangen. Oder, ja, angefangen. Und dann habe ich den halt, ja, bei DMA übernommen und ein bisschen weiter vorangetrieben. Ansonsten mit dem Column, es gibt nur das Simple Grid, was aber von mir ist, was ich, ja, so am Wochenende Freizeit und so weiter entwickelt habe. Aber es wurde auch ein paar Mal beides installiert, glaube ich. Ja, wobei, der Renner, habe ich letztens nochmal irgendwo gesehen, war damals meine Used-Jackquery-Extension, die bis 2003 lief, wo Contour ja von Haus aus nur Muttholskante und kein Jackquery. Ach so, ja, okay. Stimmt, da gab es auch eine Extension für, ja. Ja, für die, die zu faul waren, die Assets selber zu suchen. Sehr spannend, sehr interessant. Und dein erster Community-Kontakt, wann war der? 2007 auch oder erst später? Ich glaube 2008 war das ein Stammtisch. Damals noch in Bochum, in irgendeiner Kneipe. Das weiß ich noch, das war ungefähr die Zeit, wo gerade das iPhone rausgekommen war. Und Alex Bross hatte dann so als einer der Ersten so ein iPhone, womit wir dann per Google Maps uns dahinter weggehen lassen konnten, wo wir ihn wollten. Aber das, das muss so irgendwann 2008 gewesen sein, glaube ich. Für alle Informationen? Also, das war so der kleinere Community-Eintritt. Okay. Nur mal die Information für alle, die mit dem Namen Alex Bross nichts anfangen können. Alex Bross war auch ein sehr aktives Community-Mitglied, der irgendwann ausgestiegen ist. Er war damals auch bei der Gründung der Contour Association mit Gründungs, das sagt man Gründungsmitglied, weiß ich nicht. Also zumindestens Teil des Vorstands, des ersten Vorstands. Ja, ich glaube, er war Mitinitiator, dass der Schweizer Verein, der es ja vorher war, irgendwie so ein offizieller wurde und dann zur Contour Association wurde mit. Präsident, Staatsmeister Pipapo. Genau. Das nochmal als Information. Ich glaube, ihn auch gesehen zu haben in Duisburg auf der Contour-Konferenz, an der Abendveranstaltung war, ja, genau. Von daher, das nochmal für alle, die vielleicht nichts mit dem Namen anfangen können. Also wir haben auch Alex einiges zu verdanken. Gerade die Gründung, ja, Gründungsphase der Association hat er, glaube ich, sehr gut mitbegleitet und sich sehr viel Mühe immer gegeben. Und auch noch bei diversen anderen Anlässen hat er immer sich eingebracht. Ja, auch damals, der Contour-Pool war halt durch ihn getrieben. Seitdem er nicht mehr dabei ist, ist das Ganze eingeschlafen. Genau, der Contour-Pool ist ja dieses regionale Netzwerk quasi von Contour-Dienstleistern in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und das heißt, da ist gerade keine Interaktion mehr? Nee, da ist, ja, man schreibt sie nochmal, aber jetzt gar nicht mehr irgendwie in dem Zusammenhang hier, Contour-Pool oder so. Also es war halt ja so ein loser Zusammenschluss mit Bestrebungen, ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten. Ich meine, alle Dien in NRW zusammenarbeiten wollen, können zusammenarbeiten und machen es aktuell auch. Ja, aber einfach so dieser Rahmen ist jetzt eben aus meiner Sicht nicht mehr so sichtbar. Okay. Okay, das heißt aber, ihr habt ja auch ziemlich viel gemacht in der Vergangenheit. Ihr hättet ja auch selbst Events organisiert, also den NRW-Day zum Beispiel. Das hattest du auch federführend mit organisiert, wenn ich mich recht entsende? Oder ist es da zumindest? Zumindest den in Dortmund. Wir hatten ja NRW-Days, ich glaube, ein-, zweimal im Unperfekthaus, vielleicht auch dreimal, weiß ich gar nicht. Dann einmal an der Uni in Wuppertal, meine ich. Da hatte Kirsten das hauptverantwortlich organisiert. Und dann habe ich, glaube ich, ich meine, 2016 war es, wo ich den einmal in Dortmund organisiert hatte. Genau, da war ich, da erinnere ich mich noch. Ja, hat sich einfach irgendwie angeboten. Wir hatten dann eine Location und dann, ja, komm, machst du mal was. Und ja, warum nicht? Genau, so ein bisschen den kleineren Rahmen. Genau, der kleine Rahmen. Aber du hast ja auch den größeren Rahmen schon mit organisiert. Also es ist ja nicht so, als wenn du nur den NRW-Day organisiert hast, sondern du hast ja auch, ich sage mal, gefühlt bei jeder Konferenz zumindestens geholfen oder sogar noch mehr getan als das, oder? Wenn ich mich recht entschuldige. Ja, ich, also jeder würde ich nicht sagen, aber bei einigen der Letzten im Hintergrund mitgewirkt. So würde ich sagen. Und dann vor Ort eben geholfen, ja. Oder am Fahrcamp auch, ne? Stimmt, ja, dann macht man alles so irgendwie. Nein, ich meine, wenn man dann sieht, da wird Hilfe gebraucht, dann denken wir ja auch, komm, dann kommen wir jetzt hier darum kümmern, dass die Themen zustande kommen, dass die Räume verteilt werden und fertig. Ja, das auch. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass man dich vielleicht noch nicht gesehen hat oder wenn man dich schon gesehen hat, dass bei einer Contao-Veranstaltung bei dem, ja, bei dem Eilers war, weil du da oftmals, ich erinnere mich, ganz oft gestanden hast und die Leute quasi, ja, ihre Laniards gegeben hast und, ja, daran erinnere ich mich. Ja, das gehörte irgendwie dazu. Ich habe sie meistens mitgebracht, da ich meistens zugesehen habe, dass meine Firma die Dinge auch sponsert. Und ja, dann bin ich direkt stehen, wie immer das Habs denn mitverteilt. Ja, das stimmt. Also Delos ist ja auch dafür, dass Contao ja gar nicht so der Hauptfokus hat. Immer wieder Sponsor auf diversen Veranstaltungen. Hat natürlich sicherlich auch den Hintergrund, dass ihr immer auch Devs und neue Kollegen und Kolleginnen sucht, schätze ich mal einfach, oder? Ja, einerseits die Sichtbarkeit, aber andererseits auch, was ich immer wichtig finde, ist dem System was zurückzugeben. Ich kriege halt den Geschäftsführern einfacher verkauft. Hier, lass uns das Ding sponsern, dafür kriegen wir da unser Logo, als lassen wir hier einfach nur was überweisen. Wird im Fall der Fälle auch funktionieren, aber das andere ist aus meiner Sicht ein bisschen eine Win-Win-Situation. Und dann kann man ruhig mal zu einem der größeren Pakete greifen. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also das ist auf jeden Fall vorbildliche Art und Weise, wie man sich auch einbringen kann oder wie man was zurückgeben kann und zusätzlich auch noch ein bisschen Werbung hat an der Stelle. Und Gott sei Dank ist dieses Jahr auch wieder eine Konferenz. Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle schön drauf, dass Pelle und Stefan sich bereit erklärt haben, wieder was Tolles auf die Beine zu stellen. Da nochmal Dankeschön an dieser Stelle auch von mir. Aber auch ein Dankeschön an euch. Ich meine, du bist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen im Contao Association Vorstand. Wie lange bist du jetzt eigentlich dabei? Eben, ich meine seit 2016. Könnte aber auch, 17 oder 15, ich meine 2016 zusammen mit Thomas Weitzel. Ich weiß gar nicht mehr, wo da die Konferenz war und wo ich dann gesagt habe, komm, ja, dann wählt mich halt rein. Ja, und dann, ja, irgendwie seitdem dabei geblieben. Dann als Pelle ausgestiegen ist als Sekretär, habe ich gesagt, ja komm, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen dabei. Ein bisschen Protokoll schreiben oder Protokolle schreiben und so ein bisschen um das Schriftliche kümmern, gehe ich auch noch hin. Wie viel, ja, so, weil irgendwie, wie viel Zeit nimmt das ein für dich, so? Die ganze Association Arbeit, das ist ja nicht gefühlt. Hast du immer viel zu tun? Ja, ich würde sagen, ist unterschiedlich, ist stark schwankend. Es gab Zeiten, da war das viel. Es gab auch noch Zeiten, wo der Association Vorstand so ein bisschen das Selbstbild hatte, okay, wir müssen uns um alles kümmern, wir müssen alle Projekte selber machen. Da hat halt so ein bisschen so ein Wechsel in der Denkweise stattgefunden. Contao ist nicht der Vorstand, sondern Contao ist die ganze Community und wenn da jemand was machen möchte, dann können wir unterstützen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, alle Projekte von A bis Z komplett durchzuziehen selber. Also, dass da im täglichen oder im Doing weniger ist, klar hat man so diese ganzen organisatorischen Sachen. Hier steht wieder die nächste Generalversammlung an. Die will jetzt vorbereitet werden, Termin gesucht werden, Ankündigung schreiben, was weiß ich. Klar, das steht jetzt wieder an. Dann auch so ein bisschen die Koordination, wobei Stefan und Bälle da jetzt viel übernommen haben, was die ganzen Events angeht. Aber letztendlich werden sie halt von der Association finanziell getragen und sodass da auch Abstimmungstermine dann irgendwie stattfinden. So, naja, wie ist da der Stand? Geht die Kalkulation auf Null oder nicht? Und so weiter. Ist wahrscheinlich auch spannend gewesen in der ganzen Corona-Pandemie und so weiter und so fort. Genau, wir arbeiten ja auch schon sehr lange zusammen in diversen Projekten, unter anderem auch hier bei Contao TV. Ja. Also, ich zähle mal noch zusammen, so, okay, auch wenn du mit Contao nicht mehr so viel entwickelst, entwickelst du ja trotzdem noch Software. Das ist dein Haupteinkommen. Ja, klar. Dann bist du im Association-Vorstand. und dann bist du noch im Contao-TV-Team. Ähm, ja, was warst du im Contao-TV-Team? Erzähl doch mal vielleicht da nochmal ein bisschen was drüber. Ähm, das war ja auch eine Zeit lang, gerade als das losging und wo es auch deutlich mehr Events da gab, habe ich da deutlich mehr gemacht. Ne, diese ganze Events-Koordinierung, hier was einrichten, hier die Plattform verstehen, hier eine Plattform gucken, wo sind die Assets und so weiter. Ähm, aktuell ist es aber eigentlich, ja, darauf beschränkt, wenn jetzt irgendwas, ne, hier, eine neue Contao-Show ansteht, dann einmal gucken, dass die passend eingerichtet ist, die News passend rausgeht und das war's dann auch schon. Inzwischen sind die beiden auch da Sub-Profi genug, ähm, die brauchen da keinen Dritten mehr, der im Hintergrund die Technik bedient. Das macht der, äh, Christian wahrscheinlich alles so auch noch nebenbei inzwischen. Sodass es da auch deutlich weniger geworden ist. Genau, gerade in der Anfangszeit war es so gewesen, dass wir da, oder Janosch, die meiste Zeit bei der Contao-Show auch noch im, ich sag mal, Maschinenraum saßt. Wir haben dann auch verschiedene Tools noch gehabt. So, das ist ja auch für uns eine Herausforderung gewesen. Deswegen meinte ich eben auch, wegen der Corona-Zeit. Zwischenzeitlich war es so, dass Janosch und ich ja auch, wir wollten eigentlich eine Konferenz für 2020 planen. Ja, 2020. Genau. Weil wir gesagt haben, wir übernehmen dann halt die, äh, Position von Stefan und Pelle, weil die sich ausgeklingt hatten. Und, äh, dann wurden wir quasi, äh, knallhart getroffen von der Realität, dass wir die, ja, die Konferenz in Leipzig eben nicht zusammen mit Niki, der hatte ja auch da federführend, sich dann engagiert gehabt, äh, organisieren konnten. Sonst hätten wir da auch nochmal die Möglichkeit gehabt, zusammen ein Event auf die Beine zu stellen. Aber, ja, umso besser, dass Stefan und Pelle jetzt wieder da sind. Es ist immer besser, wenn sich die Aufgaben verteilen können. Und die beiden haben ja auch schon jahrelange Erfahrung in dem Business. Deswegen freut mich das umso mehr, dass da wieder jemand gefunden wurde. Die wissen, wie es geht. Die wissen, wie es geht. Ganz genau. Das stimmt. Von daher da nochmal der Aufruf. Gerade ist der Call for Paper. Wenn ihr gerade Zeit habt und Luft habt, reicht doch mal ein schönes Paper ein. Vielleicht habt ihr ein Thema, was aktuell ist. Vielleicht wollt ihr ein Projekt vorstellen. Die beiden freuen sich auf jeden Fall über eure Einreichung. Ja, und vielleicht hält auch Janosch einen Vortrag dieses Jahr auf der Konferenz. Mal gucken. Weil ich weiß ja, dass du das eine oder andere immer Speaker warst. Und zwar, Lieblingsthema von dir, das ist Performance. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Dieses Jahr irgendwas werde ich einreichen. Ob es Performance wird oder nicht. Mal gucken. Ist es denn immer noch eine Leidenschaft von dir, dass du sagst, okay, ich teile gerne mal ein bisschen auf einer Bühne, halte gerne Vorträge. Ist das immer noch was, wo du Bock zu hast? Ist weiterhin was. Ich habe damit in meinem 2012 angefangen. Einfach mal irgendwie, weil ich auf einer Bühne, ja jetzt stehen wollte, klingt ein bisschen blöd, aber ich wollte es einfach mal testen. Und dann bin ich dabei geblieben. Ja. Und es war, wenn ich mich recht entsinne, oftmals immer eher Richtung Web-Performance stimmt nicht ganz. Auf dem Contao Nordtag hattest du auch über den Einsatz von Contao 4 einen Vortrag gehalten, wie man das in der DSA anwenden kann, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das hatte ich ansonsten, was auch schon öfter dabei war, waren ganz am Anfang waren es hauptsächlich die Mobile-Themen, wo das ganze Thema Mobile noch neu war. Und später dann aber auch CSS, ich meine hier zum CSS-Grid und so weiter, hatte ich da auch mal irgendwo einen Vortrag gemacht. Ja. Mal gucken, was dies Jahr wird. Also war das jetzt ja schon eine Einkündigung, dass es einen Vortrag geben wird. Kann ja auch sein, dass es so viele andere gibt, dann lasse ich den anderen gerne einen Vortritt. sehr schön, sehr schön. Ich komme trotzdem. Ich komme trotzdem, ja, erwarte ich, erwarte ich. Das heißt, jetzt eine Sache, die mich noch interessiert, du hast gesagt, es ist bald wieder die Generalversammlung, die vorbereitet wird. Ja. Trittst du noch mal an als Kandidat für den Association-Vorstand oder? Ich denke ja. Nö. Ah, okay, sehr schön. Ich denke ja. Alles andere wird sich zeigen. Also auch da ist, wenn dann irgendwie fünf neue rein wollen, die irgendwie super Ideen haben und so weiter, dann stelle ich mich da auch nicht quer. Aber es ist ja meistens eher so, dass man wenig Freiwillige findet, die in der Rolle mitmachen wollen. Naja, es ist ja nur die Möglichkeit, einen Aufruf zu starten. Ja. Andere jetzt hier dabei. Na, also, wenn, wenn irgendwer meint, dass er den, ja, Kontau auch im Association-Vorstand unterstützen will, um da das Ganze zu koordinieren und so weiter, meldet euch gerne. Wir erklären euch auch alles, was ihr wissen wollt. Das, glaube ich, zur Arbeit im Vorstand. Gibt es denn schon Insider? Weißt du denn von den anderen Vorstandsmitgliedern, ob die sich noch mal stellen werden? Oder ist es doch... Weiß ich noch nichts. Stopp. Weiß ich noch nichts. Okay. Interessant. Ich bin sehr gespannt. Die Generalversammlung ist dann im Mai wahrscheinlich, wenn ich mich recht entsinne oder im April oder wann? Mal gucken. Wir haben erst nächste Woche vermutlich den Abstimmungstermin, wo wir mal in die Kalender gucken, was den macht. Okay. Dann warten wir einfach ab und werden sehen, wann es Einladungen gibt für einen Termin. Das hast du nicht mehr so viel mit Contao an sich zu tun, aber was ist denn eigentlich das, was du an Contao... Also das heißt, du hast nichts mehr mit Contao zu tun, das ist falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Du nutzt Contao aktiv als System nicht mehr so viel wie vorher, ja. Hauptsächlich in deinem Daily Doing dann. Aber wenn du dir bei Contao ein Feature wünschen dürftest, welches wäre das? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das ist eigentlich das, wo... Es muss nicht nur ein Feature sein, sondern es kann halt auch eine Technologie sein, die noch fehlt oder Technologie... Puzzleteil sein, was noch fehlt. Was würdest du dir da wünschen von Grrrr-Gänge? Ja, ich weiß nicht, ob es eine API ist. Ich weiß, dass eine API immer ganz hoch am Rennen ist. Ich weiß aber auch, wie komplex das ist, das ganze Thema, wenn man es sauber machen will. Ich weiß auch nicht, ob Contao so eine generische API direkt braucht. Ah ja, es ist halt immer, je nachdem, für welchen Zweck man es nutzt oder nicht nutzen will, an einigen Stellen, jetzt gerade auch in meinem Anwendungsfall, wäre eine schöne API schon nicht schlecht, weil wir ja auch unsere Webseite zum Beispiel nutzen, um Inhalte in die Software einzuspielen, die halt eben zentral durch das Redakteursteam dann da geschrieben werden können. Ja, da haben wir dann eine API drin, aber die kann halt eben nur diesen einen Fall. Okay. Das, das, ja, also eine API ist immer, immer schön, ansonsten, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwie einen großen Wunsch hätte, einfach, dass es weiterhin so schön stabil bleibt, wie es ist in der Regel. Das ist ja auch ein guter Wunsch auf jeden Fall, ja. Und, ähm, was schätzt du denn am meisten an Contao? Ähm, für neue Entwickler und Entwicklerinnen bei uns, die jetzt das erste Mal damit Berührung haben, haben auf jeden Fall die Dokumentation, die ist inzwischen echt gut, wie ich finde, hat ja, ja, war ja lange nicht der Fall. Ähm, und ansonsten schätze ich, dass sie damals, äh, die Entscheidung getroffen haben, auf Symphonie zu setzen. Dadurch hatten wir es dann leichter, unsere Software auf Symphonie umzustellen, die ursprünglich auf einer Rau basierte. Und, ähm, ja, dann schätze ich halt einerseits, wie ich ganz am Anfang schon sagte, so die relativ leicht erklärbare Bedienung im Backend, sofern man es nicht komplett irgendwie, ähm, so zerhackstippt, dass man es nie mehr nutzen kann. Ich sag mal so, in der Basisvariante kann man es ganz gut verwenden. Und, aber auch als Entwickler, ähm, ja, wie man da, ich sag mal, irgendwelche Plugins oder Extensions, heißt es ja bei Contao, äh, reinprogrammieren kann. Also, das ist, ich denke schon, funktioniert im Normalteil relativ smooth. So, es sei denn, man hat irgendwelche ganz abstrusen Vorstellungen, aber, ähm, ich hab noch nichts gefunden, was ich da nicht irgendwie reingekriegt hab, wenn ich was reinkriegen wollte. Das klingt doch gut. Ja, das macht Contao aus. Es ist ein vielschichtiges Werkzeug, ja, mit all seinen Facetten. Es ist absolut ein Profi-Werkzeug, würd ich behaupten. es ist nicht für, man kann es auch für kleine Webseiten sicherlich nutzen, wenn man sich einarbeiten möchte, aber, man kann damit auch große Sachen machen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und, sieht man ja auch in eurer Software, ne, also, ich meine, ähm, vielleicht weiß der ein oder andere gar nicht, was Delos an Software macht. Das hatten wir gar nicht im Anfang erklärt gehabt, aber, nicht gut, kann man ja noch nachholen. Genau, das können wir mal kurz nachholen, wie komplex ist eigentlich die Software, von der wir reden, die mal auf Contao basiert hat und jetzt auf Symfone angewechselt ist quasi. Wie macht ihr da eigentlich? Ich wollte gerade sagen, die Komplexität, ich konnte mal eben die Zahlen aussuchen, dann hat man auch die ganzen hier, irgendwelche Zahlen, die man dann so schön auswerten kann. nein, die Software, ähm, wurde ursprünglich mal geschrieben, um, äh, das Unternehmen Odas zu digitalisieren. Die kommen aus der Logistik. Die, ähm, ja, fahren Mist und Gülle von Landwirt A zu Landwirt B und ernten Felder und so weiter. Und, äh, dann, ja, ging es halt darum, ähm, dass die Fahrer wissen sollten, welche Fläche sie zu ernten haben. ähm, ja, ganz am Anfang oder vor Delos hatte der Fahrer halt einen Ausdruck von Google Maps mitbekommen oder Google Earth was damals, glaube ich, noch, äh, wo dann markiert war, welches Feld das war. Viertel, ja, die Trafaktquote, das richtige Feld, ähm, hätte höher sein können, weil ich stehe in der Bauerschaft dann links Mais, rechts Mais, vorne Mais, welchen Mais muss ich nehmen? Und, ähm, ja, der ursprüngliche Anwendungsfall war halt, ähm, der Landwirt zeichnet die Fläche ein in die Software, der Fahrer hat ein Tablet dabei, sieht sich, sieht die Fläche und weiß, welche Fläche geerntet werden muss. Äh, das kann die Software jetzt auch noch, ähm, ist aber inzwischen ziemlich stark in Hintergrund gerückt und Haupt, Anwendungsfall ist aktuell eigentlich die Dokumentation vom Landwirt. Als Landwirt muss ich in Deutschland alles dokumentieren. Jeden Handschlag, den ich auf dem Acker mache, muss ich irgendwo dokumentieren und am Ende des Jahres, äh, ja, auswerten, im Fall der Fälle auch sogar noch melden, ähm, an die Behörden, ne, gerade eben Richtung Stickstoff, wie viel Stickstoff habe ich auf die Fläche gefahren, wie viel durfte ich fahren, und so weiter, das spielt da alles rein. Und, ja, da unterstützt die Software halt, dass sie dem Landwirt die ganze Dokumentation abnimmt, ähm, da der Landwirt in Deutschland das Ganze in zwei, innerhalb von zwei Tagen dokumentieren muss, ähm, haben wir auch eine App zu der Software, die, weil die Netzabdeckung auf dem Land nicht so super ist, auch offline funktioniert. ähm, das heißt, er kann direkt vom, äh, Schlepper aus dann sagen, so, jetzt habe ich hier den Acker gedüngt, und dann, ja, sobald er wieder ein Netz hat, wird das Ganze synchronisiert. Ein Berater kann sich dazu loggen und kann halt eben, das Ganze, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Steuerberater, ähm, er kann das Ganze dann prüfen und sagen, ja, komm, das passt, er kann dem Landwirt auch alles abnehmen und sagen, komm, ich erstelle dir deine Bilanz und, ja, das, da unterstützt die Software halt, die halt, ja, da sie auf Contao basiert, beziehungsweise Symfony, äh, als Software as a Service angeboten wird, komplett im Browser läuft und, ja, rund um Video quasi verfügbar ist. Okay, und das lief auch auf Contao ursprünglich? Ja, das war, ja, ich sag mal so, ganz raus ist Contao noch nicht. Okay, ähm, aber, ähm, wir brauchen es nicht mehr für neue Features und so weiter, äh, es wird auch nicht mehr lange dauern, dann ist es ganz raus, weil wir einfach kein Content Management machen, wir machen Datenmanagement und, äh, da brauchen kein CMS für, ähm, es basiert nur auf Contao damals, äh, ja, fing das Ganze an, im Mai saßen wir das erste Mal zusammen mit der Idee und im Herbst war die ganze Software einsatzfähig und, ähm, ja, es ging eigentlich nur um Eingabe, Masken und Detailanzeigen, also diese Standard-List-Detail-Pattern und die hat man mit Contao, wenn man Contao kennt, halt relativ schnell umgesetzt, ohne dass man sich so gedauert, irgendwelche Systeme zur Authentifizierung mit Benutzerrollen und, und, und auseinandersetzen muss, die bringt Contao einfach mit. Ja, das ist eine wichtige Geschichte auf jeden Fall und ich sag mal auch zur Datenerfassung hat man eine gewisse, ähm, ja, Übersicht, die standardisiert auch eingesetzt werden kann, also, dieses ganze Create, Read, Update, Delete, beziehungsweise nochmal, ähm, da gab es ja nochmal diese erweiterte Crud, von der Leo auch mal gesprochen hatte irgendwann, dass es ja nochmal, glaube ich, insgesamt sieben Modifikationsmöglichkeiten in Contao gibt. das ist ja out of the box erst mal da, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass sehr oft, ähm, die ersten Software-Schritte, ähm, damit realisiert werden, warum nicht, ja, also, aber irgendwann, die anderen halt am Punkt, wo man vielleicht sagt, so, okay, ähm, ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, dass es einfach nicht mehr der richtige Use Case ist oder man nochmal mehr skalieren möchte und das Coole daran ist ja zu hören, ähm, dass durch den Unterbau, der bei Contao getroffen wurde, auf Symfony-Basis, ähm, mit ein bisschen, ich sag mal, Fleißarbeit wahrscheinlich und ein bisschen, bisschen mehr als Fleißarbeit, aber viel, ja, dass, dass es auch möglich ist, davon quasi auch wegzumigrieren, wenn man es möchte, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ja, es ist halt, dadurch, dass Symfony da drunter ist, kann ich halt das Routing komplett nutzen, von Symfony, kann ich mir dann meine eigenen Routen und danach auch noch die Routen aus Contao rausziehen und, äh, über die eigene Controller laufen lassen und dann ist, ne, in dem Moment brauche ich Contao nicht mehr. Genau. Prinzipiell ist es nicht immer gewünschenswert, dass Contao natürlich ganz weg ist, aber, wie gesagt, aber das gehört einfach auch dazu, man muss ja auch mal fair sein. Eine Sache, die ich schon immer sehr geschätzt habe in der Contao-Community und der Szene ist die realistische Einschätzung, auch das Feedback, was ich schon öfter gehört hatte, ja, dann ist Contao vielleicht nicht das richtige Werkzeug, ja. Man muss nicht immer mit Gewalt dann versuchen, ein System zu verwenden. Man kann Contao fieseschichtig einsetzen und das ist auch eines der Dinge, die ich persönlich an dem System immer noch sehr schätze, neben der Community natürlich. Ja, klar. Und ich meine, für unsere beiden Webseiten setzen wir es ja weiterhin ein. Richtig, genau. Also von daher soll das hier keine Werbung sein, dafür Contao nicht mehr einsetzen. Ganz im Gegenteil, es soll einfach Werbung dafür sein, dass man wie gesagt auch mit Contao wachsen kann und dann vielleicht irgendwann andere Wege geht. Das ist ja auch vollkommen legitim. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir fast schon am Ende angekommen. ich würde dich noch mal fragen, möchtest du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch irgendwas mitteilen? Irgendwas, wo du sagst so, hey, das ist wichtig, das wünsche ich mir von euch oder macht mal dies und das. Also irgendwas, wo du sagst so, hey, ja, das würde ich mir für die Community wünschen, das möchte ich euch noch mitteilen, meine letzten Worte in diesem Ende. Ja, ja, also, wenn ihr Contao nutzt, dann unterstützt doch Contao auch. Sei es finanziell, indem ihr irgendwelche Sponsorangebote nutzt oder irgendwelche Supporterangebote, sei es durch eure Arbeit und Mithilfe, kommt im Slack-Channel vorbei oder schaut im Forum oder schreibt irgendwen an, Hilfe wird immer benötigt und sei es bei einer Konferenz am Eingang zu stehen und die Einlassbändchen auszugeben. Also normalerweise wird Hilfe immer offen aufgenommen. Ja, so dass ich da eigentlich, das ist so mein Hauptanliegen wäre, wenn ihr Contao nutzt, unterstützt es auch, weil ihr könnt da ein super geiles Tool kostenfrei nutzen und ja, andere Content Management Systeme, die so viel können, abgesehen jetzt von den anderen Open-Source-Systemen, kosten richtig ein Haufen Kohle, so dass eigentlich in jedem Projektor irgendwie dann ein bisschen was abfallen sollte, was dann wieder an Contao zurückbließen kann oder aber auch an irgendwelche Extension-Entwickler, wenn ihr irgendeine Extension , mega oft nutzt oder häufig nutzt, dann ja, guckt doch, ob ihr auch den Entwicklern was zurückgeben könnt. ganz genau oder den Leuten, die Contao-TV oder Content auf YouTube bereitstellen, dementsprechend freuen wir uns auch schon über einen Daumen nach oben oder dementsprechend das Abonnieren des Contao-Channels, falls du das noch nicht gemacht haben solltest, wenn du gerade zuhörst oder zuschaust zum ersten Mal oder wenn du öfter zuschaust, wenn du das lange schon vorhast, aber dich noch nie getraut hast, auf diesen Abonnieren-Button zu drücken, dann bringt das deinem Lieblings-CMS auch sehr viel. Ja, und ansonsten all das, was Janosch gesagt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Janosch, dass du Zeit gefunden hast oder dass du Ja, danke dir. und zusammengekommen sind und endlich dieses Interview machen konnten, was wir schon so lange vorhaben und ja, wünsche dir einen schönen Resttag und der Contao-Community alles Gute bis zum nächsten Mal bei Contao Meet the Community. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.